Es ist so gut, dich zu sehen. Ich hatte schon befürchtet, dass du absagst. Erzähl schon, wo fahren wir hin? Ein wirklich, wirklich besonderer Ort. Anders als andere Organisationen bieten wir uns im Gästen einen Dienst, den sie individuell gestalten können. Ihre freie Entscheidung ist unser höchstes Anliegen und es ist unser Ziel, ihr nachzukommen. Dann werden sie uns von heute an gerechnet in sechs Tagen verlassen. Was macht ihr mit all diesen Menschen? Wir helfen ihnen. Dies ist eine freie Zone. Ohne das Urteil der Welt. Es gibt mehrere Sachen, über die ich reden möchte. Jetzt habe ich sie aufgeschrieben. Was tust du da? Jetzt willst du, dass ich hier sitze, an diesem Ort und mit dieser Frau über unsere Kindheit rede. Du hast nie darüber reden wollen. Ich denke wirklich, wir sollten diesen Ort verlassen. Wenn du abreißt, werde ich es trotzdem tun. Du wirst nicht automatisch ein besserer Mensch, nur weil du dein ganzes Leben in Strömen von Tränen badest. Manchmal musst du Türen schließen, um zu überleben. Darum ist alles immer gegangen bei dir. Du und dein beschissenes Überleben. Feuer weg! Feuer weg! Untertitelung des ZDF, 2020